hallo spremberg wir haben heute mal getestet das neue italienische restaurant im ratskeller in spremberg in country was das treffen heißt und wir können es sehr empfehlen wir hatten nicht reserviert und sind trotzdem am platz bekommen obwohl alles voll ist man hat sich dafür sogar noch bei uns entschuldigt dass wir noch so lange warten mussten was aber überhaupt kein problem war es ist sehr ordentlich sehr sehr klar ist ein bisschen auch die geschichte der stadt hingewiesen und nicht überladen die karte ist sehr übersichtlich und ich habe gleich heute mal das steak ausprobiert das rindersteak wo ich denke das ist eigentlich so die klasse die oberklasse wenn man ein restaurant führt und man das auf der karte hat dann muss man das auch können ich kann nur sagen es war super lecker ja also ich kann es empfehlen ich denke der robert der heute hier mit dabei ist kann es auch umführen alles lecker ja und wenn ihr hier herkommen wollte dann bestellt auf jeden fall rechtzeitig vorher und ansonsten daumen hoch absolut genial bis dann